Hallihallo, zurück zu Part 4. Ich sitze heute allein an der Front und... Ja, wir machen jetzt auch mal gleich direkt weiter. Ich werde mir mal eine andere Waffe nehmen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie huste oder so, schuldigt, aber... Ich bin ziemlich erkältet. Ja, was nehmen wir denn jetzt überhaupt? Wir nehmen das... So, das war Kontroll... Kontrollpunkt. Ähm... Halt, nein, ich will die hier. Ähm, kurzer Schnitt. Da sind wir wieder. Ich muss jetzt gerade mal... Was mach ich denn schon wieder? Hörst du auf zu stocken? Ich muss dir jetzt gerade mal ein bisschen die Lautstärke anpassen. Ich habe nämlich gerade rein gar nichts gehört. Und... No, da hin. Scheint so. Na. Genau. Was nimmst du dir jetzt bitte? Ich hoffe, es dauert demnächst nicht mehr allzu lange wegen dem neuen Part und so, aber... Ich habe im Moment ein paar private Sachen zu klären und Fahrschulprüfung klären und Abschlussprüfung klären und Abschlussprüfung, ja. Deswegen habe ich im Moment leider nicht so viel Zeit, aber ich versuche natürlich... Ähm... Ja, dukst du dich mal. Ach Gott. Ich versuche natürlich, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, weil... Ist ja auch dann kacke. Wenn... Ich angefangen habe und das dann nicht beenden, das mache ich nicht. Halt. Ach Gott, wo war ich schon wieder fallen lassen? Ähm... 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 Ach Gott. Ich hasse diese Steuerung, ehrlich. Verdammte Kacke. Aber... Naja. Äh... Da. Bapapapapam. Jetzt sehe ich das wieder nicht. Hä? War hier nicht irgendwo fallen lassen, Leute. Ah, ich mache nochmal einen Schnitt. So, ich habe jetzt rausgefunden, wo die Taste ist. Man nennt sie auch Steuerung. Aber... Es muss mir ja gesagt werden. Toll, hätte ich mich auch... Na... Hätte ich mich auch klein fallen lassen können. Nee, erst da blöde rumklettern. So... 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 Und ne? Keine Ahnung. Ich lasse mich fallen. Und ja, das kennen wir ja schon aus Legend. Und ja, das kennen wir ja schon aus Legend. Diese schönen... Kletterpartien. Was habe ich mir jetzt eingesammelt? Das weiß wieder mal niemand. Aber... Ist ja auch nicht schlecht. Nimm das. Die braucht immer übelst lange, um das zu nehmen. Und was haben wir hier Lustiges und Schönes? Klettern, klettern, klettern. Und... Äh... Toll. Oh. Nee, kann ich mich auch gleich da unten wieder fallen lassen. Äh... Sind denn mal diese schönen Verarschungen? Vom Spiel. Ja, jetzt lauft schneller. Hier waren wir schon. Jetzt habe ich das Licht wieder angemacht. Wohin habe ich das Licht angemacht? Egal. Haben wir nicht Spaß beim Klettern. Außer sie. Sie stöhnt ja immer so, als wenn die sich sonst was tun würde. Was tue ich? Will die nur ziehen. Schätze, schätze, schätze. Da. Gott sei Dank zeigt er mir das an. Sonst würde ich hier wie so eine blöde suchen. Hallo? Macht sie nie. Will sie nie. Toll. Oh, das ist ja nett. Hoffentlich ist er so wehend, wie er aussieht. Jo. Thaddeus ist gewachsen. Der hat in sein Haus, im Bikini-Botte, nämlich nicht mehr reingepasst. Deswegen muss da jetzt hierhin kommen. Kennt weder Kenner, nur. Ja, meine kindliche Seite ist geblieben. Ich weiß. Komme ich da nicht hoch? Warum nicht? Gehen wir halt hier lang. Und da? Darf ich da runterfallen? Eigentlich nie was. Oh, da will ich jetzt auch nicht runterfallen. So unbedingt. Ich weiß ja nicht mehr, ob ich wieder hochkomme. runterkommt man ja allemal. Nee. Also, dass wenn... Oh, oh. Du bist eklig, Thaddeus. Meint ihr, wenn ich jetzt Spongebob hole, dass der weggeht? Weil... Fühlt er sich bestimmt wieder genervt. Meine Witze sind heute scheiße. Entschuldigung. Ah, da will ich eigentlich runter jetzt. Weil da oben kam ich ja nicht so wirklich weiter. Hände hoch. Okay. Jetzt bin ich schon mal hier unten. Und weiter. He he. Danke, du lobes Spiel. Eigentlich habe ich Angst vor ihm. Toll. Was machst du? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, in solchen Höhlen, unterm Wasser, ist es ja eigentlich kalt. Und mir wäre dann kalt, wenn ich da fast nichts anhätte. Aber... Vielleicht hatte ich eine Körperdeparatur von 50 Grad oder so. Keine Ahnung. Will ich jetzt bloß zum Schätzi suchen hier, oder wie? Hallo? Ah. Eee. Ich hasse Tentakeln seit heute. Seit jetzt. Take care. Tum. Aha. Okay. Oh, es knallt. Schletter schneller. Hey, lass mich drücken. Hä? Okay. Wir machen an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.